Kaum zu glauben. Ein Parcours mit Lava und ich habe es beim ersten Versuch geschafft. Das kann ja nur schlimmer werden. Da hat sich doch gerade etwas getan. Hm. Pssst. Tja. Tja, ähm, runterfallen, keine gute Idee. Wollen wir doch mal. Und, äh, äh, äh. Lava und ich werden einfach keine Freunde mehr in diesem Leben. Äh, 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 okay. Aber ein Glück haben wir Keep Inventory. Sonst wäre das ja irgendwie etwas, ähm, uncool. Also, eins, zwei, drei. Nein! Äh, warum ist da keine Leiter an der Ecke? Äh! Nochmal. Äh. Ja, nee, ähm, so nicht. Und Leiter und... Im Ende ist der Spawnpunkt so nah, dass ich mich fast noch sterben sehen kann. Noch schon mal was. Oh, zu weit, zu weit Au, ich seh nix Diese Flammen Uh, das war knapp So Und Ah Ohne Sprintjump wird das nix Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig atmen Tief durchatmen, kein Ragequit So, noch mal Ich bin ganz entspannt Ich brenne nicht in der Lava Ah So Das war doch schon mal Nummer zwei Nummer Na Jetzt machen wir einfach Hopp 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 Ah ja Okay, nun wo muss ich jetzt hin? Da oben oder was? Wo komm ich denn da hin? Äh Hebel? Äh Hä? Da Da Hier? Hier Also da ist schon mal Wolle jedenfalls Da ist doch bestimmt Ein Gold Nugget Ja, also zumindest die Gold Nuggets krieg ich schon mal Und jetzt? Ähm Hm Wo komm ich da hin? Nein Ah Ne Ah Au Das war das So Noch mal genau überlegen Ich muss Ich muss ich da rüber Eins Zwei Zwei Zu weit Eins Zwei Drei Vier Vier So, aber eigentlich wenn ich da drüben hin will Ich könnte Wo komm ich denn hier hin? Da Äh Da komm ich in die Lava Okay Eins Zwei Drei Ah Nochmal Eins Zwei Drei Was? Ach Eins Zwei Drei Eben hat es noch so gut funktioniert Eins Und Flammen So Jetzt lasse ich mich Von den paar Flammen doch nicht aufhalten Hier Immerhin Äh Heile ich ganz gut So Jetzt Nochmal So Äh Und so weit Und das war's Und nochmal Lalalala Lalalala Eins Zwei Drei So und theoretisch Müsste ich jetzt hier Komme ich auch von hier aus hin Wie bin ich da sonst hin Also drauf und tot Äh Äh Okay So wörtlich hatte ich das nicht gemeint Eins Zwei Drei Drei Dinten Und Noch einmal Eins Tot Ach komm Hier Es geht schneller Eins Zwei Drei Zwei Und so weit Eins Zwei Tief durchatmen Drei Und das war nix Erwähne ich schon mal Dass ich Lava Nicht Mag Also So gar nicht Eins Zwei Drei Vier Okay So Und jetzt Und jetzt Wohin jetzt Stehe Da ist ne Leiter Okay Dann muss ich vorher den Hebel umgelegt haben Also hat mir das jetzt gar nichts gebracht Denn wie komme ich denn da hoch Oder Oder komme ich von da aus dann da hoch Dann Äh Ne So nicht Versuchen wir doch mal einen anderen Weg Da geht es schon mal nicht lang Und da geht es auch in die Lava Hm Eins Zwei Okay Wie komme ich denn da hin Sieht doch so aus Als müsste ich da Oben rum Vielleicht doch da wo ich eben war Ja dann versuchen wir es nochmal Eins Zwei Drei Aus Man muss das Timing fühlen einfach Also Eins Zwei Drei Vier Nicht zu früh loslassen Das war kein gutes Feeling Eins Zwei Drei Daneben Daneben Eins Zwei Lava Aha Ha Pfff Garten macht es nicht so sehr viel Spaß Ich weiß nicht wie es euch geht Aber Die Lava könnte ich verzichten Eben gibt es doch noch. Ich lasse immer zu früh los. Ich kann so nicht arbeiten. Eins. Zwei. Drei. Aus. Wie viele Tode waren das jetzt eigentlich schon? Eine ganze Menge jedenfalls. Eins. Zwei. Drei. Hoch. Zu weit. Zu weit! Drei. Ich lege mich noch mal hin. Ich stehe. Okay. Bitte abspeichern einmal. Ach Gott, leider wird mir das wohl verwehrt bleiben. So, dann jetzt volle Kanne und tata, ich bin an der Tür. Es nutzt mir nur nichts, weil die Tür ist zu. Aber von hier aus komme ich da hin. Ist ja jetzt eigentlich hier. Okay. Kann ich das schaffen? Nein, kann ich nicht, weil ich komme da nicht hin. Ich muss diesen Weg nehmen und dann hier zurück von dort aus dann wahrscheinlich hier rüber springen. Wie soll das denn dann besser gehen? Ich könnte mich höchstens da fallen lassen. Na gut. Luxusproblem. Okay. Und so. Okay. Da bin ich. Ähm. Und dann. So. Ist das Ganze der Wand? Ich würde nicht nicht überschießen. Hebel. So, die Tür ist offen. Ach, und da ist jetzt. Okay. Gut. Immerhin, selbst wenn ich jetzt runterfallen sollte, die Tür ist offen. Dann wollen wir doch mal. Eins. Zwei. Okay. Aber immerhin muss ich es nur noch einmal da das schaffen und das kriege ich ja jetzt wohl. So. Ah. Fuck. Da. Brrrr. So. Okay. Okay. Ich stehe. Ich stehe. Und wäre fast an der Seite runtergefallen. Okay. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wasser. Wasser. Ein Bett. Spawn. Äh. Knopf. Äh. Schlafen. Ha. Ah. Ah. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft.